hallo und willkommen zurück zu einer kleinen überblicks folge für unseren kleinen für unser kleines sägewerk ja genau ja also wie ihr seht ich habe hier ein bisschen man sieht sich wirklich aber ein bisschen weiter gebaut ich habe hier oben jetzt den kran versucht ein bisschen zu verschönern ja hab hier eine teleportationsplattform eingebaut die euch dann einfach ins haus reinbringt habe jetzt diese animation wirklich fertig gemacht das heißt die funktioniert jetzt ohne dass irgendwelche überreste da sind die baumvoranimation funktioniert auch seht ihr da liegt da jetzt hier bearbeiten mit stamm mitnehmen und der baum genau wie spontan dann geht den stamm hierhin rollen da drauf packen festigen und dann drückt den knopf und dann geht es aufwärts zur sicherheit abgesperrt und da geht es dann aufwärts hier sind jetzt so und das seht ihr unten ja auch ordentlich technik nicht auch alles timing sache und da kommt das ding auch wieder so noch zu uns nach unten genau da kann ja mal kurz mit fahren so gesehen hier aber das ist ja doch ich bin noch schneller so hier oben ist dann natürlich hier ich war oben noch ein rufknopf ein kommen dann kann man hier oben in den kran rein nicht sondern spektakulär hier drinnen das ist alles so schau hier die hebel also nicht dass ihr euch fragt warum sind die da ja und hier drin wird dann später ist die ganze kleine mini fabrik sein zur animation dass der holzstamm sag mal müsst ihr vorstellen hier dann jeweils immer ein weiter wandert und dann kommt die säge hoch das legt das in holzplanken und die werden dann irgendwo hingebracht je nachdem werden wir dann werden wir dann schauen ja was funktioniert jetzt noch das eingangstor habe ich jetzt angeschlossen das heißt man kann natürlich hier dank wird er noch schön dekoriert kommt hier hin rechte knopf und das drückt auf ja es geht natürlich auch wieder zu es geht nur nicht so ja es schlägt zu sagen was man lieber so ja aber sonst war es auch schon vor die erneuerung ja wenn das ihr vorbeigeschaut habt für dieses ganz kurze info video oder sagen info video macht's gut und ciao abonniere ich